Ich habe jetzt jemanden engagiert als Ersatztochter. Naja, das ist ja gut. Dann ruft sie dich auch zum Geburtstag an und so. Dann mache ich mir da keinen Stress mehr. Sind Sie zu Besuch? Ja, spontane Entscheidung. Ich war noch nie in Rumänien. Ein Geschenk. Das ist eine richtig gute Käsereibe. Sag mal, wie lange willst du eigentlich bleiben? Ich bin Tony Erdmann. Ich bin Consultant und Coach. Ich habe zum Beispiel von meinem Vater gelernt, wie man eine Käsereibe benutzt. Ist das eine spezielle Käsereibe? Ich bin Ambassador Erdmann. Und das ist meine Sekretärin, Miss Schnuck. Willst du mich fertig machen oder was? Papa, ich rede mit dir! Wenn es um ihren Vater geht, dann bin ich nicht der Richtige. Hast du in deinem Leben noch irgendwas vor, außer anderen Leuten ein Furzkissen runterzuschieben? Ich habe gar kein Furzkissen. I have to arrest you. So, und jetzt mach es bitte auf. Ich habe dich in den Schlüssel. Ich bin sorry, Bob. Dann mein Vater hat eine stupide Lade. Wir müssen uns das Problem lösen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017